Moment, das will ich mir angucken Das war Volldampf Kein Bock vom Gas zu gehen Oh man Nochmal von hier Es hat noch gereicht, obwohl die Reifen Darauf habe ich nicht geachtet Es hat ja Reifen gekostet Aber es war noch Inhalb der Zeit Boah, das sieht schön aus Ferrari hatte natürlich die beste Sicht Der war so nah dran, okay, habe ich gar nicht beachtet So, nochmal aus der Sicht des roten Renners Wo ist er? Das haben sie auch noch nicht behoben, dass man Zurückspulen und nach links gucken auf einer Taste hat Das ist sehr schön aus dem